Hallo und willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light zusammen mit Bad Pokerface Gaming und... ...dem Wischmobs. Hallo! Juhu! So, wir hatten hier schon bereits Kugeln runtergerollt und brauchen da aber noch ein paar. Ne? Hol du erstmal noch die Steinchen. Mach ich. Kugeln. Merci beaucoup. Münzen. So. Sternchen. Hatten wir sonst noch irgendeinen Ausdruck dafür? Ich glaube nicht, oder? Bisher nicht, ne, aber es ist noch Potenzial da. Alles klar. Ungenutztes Potenzial. So, genau, jetzt müssen wir hier runter. Das ist doof, wenn ich mich einmal auf der Leiter runterfallen lasse, dann kann ich nicht wieder die Leiter angreifen und, ne? Du weißt, was ich meine. Ach so, ja. Das geht doch in den meisten Spielen eigentlich. Ah, warte, 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 warte. Ich hab gerade hier... Ich muss hier hochfahren. Wir müssen da hochfahren, glaube ich. Warte mal. Ja, und ich muss dir dann die Brücke bauen. Ne? Äh. Ah, müssten wir die nicht wieder drauf sprengen? Warte mal. Warte mal, ich muss hier hoch. Ups. Ne, du musst auf die andere Seite, glaube ich. Ah, da komme ich doch so nicht hoch. Ja. Warte. Ach ja, warte. Ja, lass mich... Wollen wir mal die Kugel hoch? Ich bau dir jetzt... Ich bau dir jetzt eine Treppe. Genau. Aus den... Ich kann ja drei Pfeile machen. Äh, drei, drei Sperre. Und dann bombe ich das Ding runter. Ne? So, genau. Dann mach mal eine Brücke. So. Nein, eine Brücke. Ja, ich versuch's. Warte. So. Ah, warte. Dann müssen wir anders machen. So. Lass dich nochmal runterfahren. Das ist die Brücke. Wop. Ne. Wop. Jetzt echt flitsch. Schade. So, noch. Muss das so? Ja. Yay. Du hast es geschafft. Oh nein. Das wollte ich wieder runter. Ich glaub... So dürfte das funktionieren. Da können wir mit arbeiten. So, auch wenn das vielleicht nicht die richtige Lösung ist, wa? Moment. Ähm. Warte. Was machst du? So. Jetzt. Spring. Warte. Und jetzt kommt wieder irgendwo ein Gegner. Ja. Boah. Mach Spaß. Ja, mach. Entschuldigung. Kein Problem. Ich wollte dich nicht wieder umbringen. Nein, du bitte. So. Ich bin kein böser Mensch. Nein, bist du nicht. Nur ungeschickt. Aber nicht böse. So. Wohin damit? Hier raus. Genau. Kommen Sie bitte mit. Aber selbstverständlich. So, welche Richtung? Rechts, links? Links. Links kommen wir eigentlich durch. Mein Gott. Was machst du denn da? So, bitteschön. Rollen Sie runter. Schön. voll in die Fresse. So, jetzt hier rüber, oder? Nee, da waren wir schon. Glaube ich, oder? Nee. Brauchen wir noch eine Kugel, ne? Ach, jetzt sind hier unten in dem, in dem Dings hier, ne? Sind die Kugeln drin. In dem Roll, Roll, Roll. Genau, in der Ballons. Warte mal, warte mal. Das hole ich mir. Den Schädel. Schädel? Le Schädel. So, Moment. Oh, verdammt. Warum hat das... Nein! Nein! War doch gar nicht in den Stacheln. Och, Mensch. Ich wollte nicht so nur rausziehen. Ach, ja. So, wo sind wir? Wo tauchen wir denn jetzt wieder auf? Ach, da oben. Sehr schön. Aber wir müssen wieder die Enemies hier plapp machen. Vorsicht. Immerhin haben wir jetzt schon den Schädel. Und so. So. Wollen wir jetzt mal in die andere Richtung gucken? Da war doch, glaube ich, auch noch ein Schädel. Ich glaube, da kriegen wir die letzte Kugel. Yay. Der Sprung war cool. Ich habe mal einen Naradrachen. Ach, genau. Aber das waren wieder die tollen... ...platten. Genau. Die wegbrechenden. So. Und jetzt... Jo. Aber... Wohin? Genau, jetzt darfst du da hoch und mich da hochziehen. So. Bitteschön. Schön. Boah. Kletter, kletter. So. Und hier müssen wir dann auch wieder was runterrollen. Okay. Ach. Krass Ding. I think I know. So. Ich muss rüber dann, ne? Nein, nee. Nee, nee. Geh du mal hier hoch. Mach mir eine Brücke. Mhm. Ja, hab ich. Hab ich. Geh rüber. So. So, dann... Einmal auf die Plattform. Auf welche? Ach so. Da unten die. Und dann rollst du es hier durch, ja. So, roll ich dir da rüber. Dann mach ich dir da drunter. Dann holst du dir den ab. Nee, hol dir den, den, den ab. Lege ich den bei dir auf die Plattform. Komm rüber. Und jetzt können wir hier an den, an den Hibbeln ziehen und uns das Ding holen. Yeah. Oh, verdammt. Nicht dem Haken. Ja. Muni Upgrade. Ich liebe das. So. So. Und dann machst du mir wieder eine Brücke. Und dann kommst du zu mir zurück. Ganz genau. Komm her. Da, da, da. Dass dieses Seil überhaupt nicht durchhängt, wenn ich draufstehe. Voll faszinierend. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich alle Kugeln haben, oder? Tothick ist doch tot, oder? Deswegen hat er auch kein Gewicht. Ja, deswegen heißt er Tothick. Ha, 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 ha. Tothick, genau. Schlechter Wort, wir sind coming. Yay. Boah. Ich hab mir den Knöchel gebrochen. Möchtest du wieder gezogen werden? Na. Bin ich. Nehmen wir noch. So. Spring. Oh. Ja. Das wäre weiter schief gegangen. Äh, jetzt müssen wir runter, ne? Genau. Genau. So. Und jetzt jump. Klein jump. Nein. So. Langsam hab ich's drauf mit dem Springen, ohne zu sterben. Ja, zum Glück. Ist bei diesem Spiel doch von Vorteil. Genau. Oh, Magia. Und. Bam. Voll umgepumpt. Boah. So. Alles klar. Spring. Yay. So. Ich würde schön balancieren hier. Wir treffen uns dann hier hinten. Ja. So. Eine kriegen wir auf jeden Fall schon mal durch. Hoffentlich entscheiden die sich. Runter, runter, runter. Das wäre lustig gewesen, wenn die sich gegenseitig blockiert hätten. Genau. So. Nehmen wir erstmal die obere. Genau. So. Ja. Und. Jetzt hier die. Nee. Komm, 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 komm. Komm. Boot, 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 boot. Eingelockt. Yay. Und wieder der. Oh Gott. Scheiße. Wie will ich damit springen, ohne zu sterben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, es dürfen doch noch ab und zu mal so Sachen passieren. Boah. Boah, der nervt. Und der nervt auch. Boah, ich bin tot. Alle nerven. Boah. Ich bin voll tot. Boah, nicht mehr. Dankeschön. Bitteschön. Hihi, ausgewichen. Nein, wir haben mich doch getroffen. Schade, mein Streuschuss ist weg. Ich habe ihn alle gemacht. Yay. Ah, deine Punkte. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt Kugeln verteilen. Ole. Ich gebe mir die Kugel. Nein, tu es nicht. So. Ach, wie aufregend. Ja, irgendwie schon, ne? Wow, das war gerade ein Mega-Lick bei mir. Wop. So. Da drin. Noch eine. Nee, zwei. So. Und wir haben's. Awesome. Das Tor öffnet sich. Hoffentlich. Yes. Das sieht aber nicht vertrauenserweckend aus. Nimm dir mal noch das Muni hier. Ach. Muni. Muni. Komm schon. Oh, guck mal den Speer. Siehst du den? Ich wollte gerade sagen. Ja. Das ist wirklich. Awesome. Ja. Sehr schön. So. Für alle, die mal wissen wollten, wie so ein Speer von Namen aussieht. Der glänzt so schön. So schön. Ach. Antik und so. Ja, jetzt kommt wieder die schöne Sequenz. Fliehen sie. Oh nein. Oh, bitte nicht. Erstmal springen wir. Oh. Schädel, Moment. Wir sollten mehr Sachen wegspringen. Das ist a fucking joke. Wie viele hier... Kann man hier alles wegspringen? Nee, das sind die Dinger, die gleich... Ja, man kann sich selber wegspringen. Nee, das will ich nicht machen. Ich bin kein Märtyrer. Kein Märtyrer. Was haben Volvo und Jesus zusammen? Beide waren Märtyrer. Ich weiß, er war schlecht. Ich noch nicht. So. So, du links, ich rechts. Können wir so tun, ja. So, das war jetzt ein Kack-Abschnitt. Genau. Das war der, der uns verarscht hat. Ja, genau. Na? Die Wacke. Nein, nein. Fuck. Ja. Guck mal. Du links, ich rechts. Du links, ich rechts. Du rechts, ich links. Was tust du? Das hat Spaß. Hilfe. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein 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 Gott. Durch. Oh. Oh, wir haben die Bonus-Herausforderung gemeistert. Echt? Awesome. Awesome. Yay. Fallen halt ohne zu sterben. Cool. Wir haben eine goldene Echse. Ich bin wieder voll am Weinen. Ich bin wieder voll am Weinen vom Vorlachen. Oh, wie weit. So emotional heute. Ja. 30 Minuten haben wir von der Level gebraucht. Was? Krass. Ganz schön anspruchsvoll. So. Geht so um. Yay. Oh, yeah. Dies ist so funny. Ja, finde ich schon irgendwie. Kann man wieder was von Titz-Katli-Poker bekommen. Titz-Katli-Poker-Mobs. Und. Sieht aus, als wäre Xolotl hier durchgekommen. Wenn meine Karten stimmen, ist er unterwegs zu der Gruppe. Hey, wir haben eine Levelkarte. Yes. Tore, genau. Komm da, komm da. 3 Gates, we have to open. Okay, dann lass uns beginnen. Wohin zuerst? Äh. Wo möchtest du hin? Gucken wir mal kurz auf die Levelkarte. So. Ja, wir müssen da unten lang. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Unten und dann zum Tor. Genau. Nee, erstmal zur Krypta und dann zum Tor. Krypta. Krypta und Tor. Krypton. So, wir sollten hier was springen. Und dann voll, voll Gift und so. Gift ist scheiße. Wie war das letztes Mal? Gift ist giftig. Ja, grünes Gift ist grün. Genau. Und giftig. So, Xen. Xen ahead. Xen everywhere. Stirb. Lass uns weitergehen. Die, 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 die Kristalle, die sieht man aber echt schlecht, muss ich sagen. Durchaus, weil es auch ziemlich dunkel ist. Oh Gott, wir haben einen Schädel. Ähm. Ja. Ah, Herausforderungsgroved. Yes. Oh. Warte mal, bevor du reingehst. Ja, wegen Schädel, ne? Ich glaube, genau, hier war nämlich oben drauf war ja einer. So. Setz mal einen Pfeil, dann kann ich hoch. Achso, da kannst du auch so hoch. Genau. Ich. Mach das. Komm, 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 kommst du noch ein Stück näher, damit ich höher klettern kann. Dankeschön. Nein. Ich weigere mich. So, dafür, dafür kriegst du da hinten die ganzen, äh, Steinchen. Oh, das ist aber lieb. Ja, so bin ich zu dir. Schenkst mir Diamanten. Ja. Das ist so toll. Das Diamonds are our gold's best friend. Ich bin nur Oberamin. Yes, I know. So, das ist meiner. Hihi. Okay. Und rein. Du willst so eine Armbanduhr wie Lil Wayne, ne? Genau. Genau. Vor allem möchte ich mal so selig sein wie der Kerl. Äh. Wow. Eine Bombe-Legend, bitte. Autsch. Ey, leb dich mal lieber nicht wieder. Nee. Nee? Wir lernen ja aus Fehlern und so. Du kannst, 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 kannst Hütenspringen. Extrem gut. So. Oh, ist da. Boom. Kaboom. And Diamonds. Oh, fuck. Ich werde dich gleich noch geschüttert hier. Oha. Herausforderungsgroved. Höh. Höh. Oha. Warte. 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 Nein. Ich belebe dich wieder. Ja, belebe dich mal wieder ein. Immer ein Sprengsack auf mich legst. Danke. Weg vom Tisch. Sehr nett. Oh Gott. Lachflash. Mann, warum gehst du da nicht hoch? Sollten wir mal zu zweit bomben vielleicht, ja? Ach, das ist eine awesome gezeichnete Idee. Ich heb dich mal im Ofen. Danke. Meine Bombe ist nicht mehr da, weil ich getotet... Ja, du wurdest... du bist getotet. Genau. Aua. Das ist dir gerade irgendwie doof. Ja. Warte mal, ich zieh das Ding jetzt einfach mal, so weit ich wieder lebe, raus. Und ich hab gerade ein Lachfleisch. Das ist ausgezeichnet. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Seht's? Bombe? Ja. Bombe? Genau, Bombe. Bombe und Kropfer. Und drei, zwei, eins und go! Yay. Yes. Teamwork und so. Genau. Schieb, schieb, schieb. Oh! Au! Warum rennst du mir denn vor die Kugel? Ich wollte... Ruhig. Nicht, nicht sterben. Ich wollte auch schieben. Wo bin ich denn? Achso, ich muss erst... Alles klar. So, steht... Wollen wir mal eben gucken wegen Artefakten und so? Ja, machen wir das. Dann kann auch keiner sterben. Das ist dort nochmal die Steinfeder, die wir schon mal haben. Ach ja, aber wir haben ja noch eine goldene Echse gekriegt. Was kann die denn? Echt? Plus Bombe. Wo ist die goldene Echse? Ah, die goldene haben eben immer keine Mali. Äh, ich glaub, sowas rüste ich mir da mal aus. Ne? I think. Plus Bombe. Warte, 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 warte. Wir sind sofort... Lass die Zeit. Alle Zeit der Welt. So. Ohne raus. Wo geht's? Aus der Judenstube. Herausforderungsgroovt gemeistert. Herausforderungsgroovt. Ole. Ole. Oh, mein Fatterwolf-Glo. Er schafft. Sehr schön. Worauf schießt du? I don't know. So. Oh. Was kommt jetzt? Oh. Seht nur, wie das Land verrattet. So ein böser Mensch. Ja. Wer so redet, kann auch böse sein. Genau. Boah. In dieser ganz schön grüne Hinternrohr. Oh Gott, hier. Nee. Nee. Die erinnern mich ein bisschen an The Incredible Hulk. Jetzt hab ich... Oh. Warum werd ich jetzt über Steam angeschrieben? Das ist doch scheiße. Da muss ich ja mal drüberlegen. So. Und... Ich war's nicht. Ich hab nichts zu tun. Oh, oh. I'm almost dead. Jo. Jo. Nimm dir doch hier das... Äh... Das ist mit weg. Yes. Toll. Jetzt. Ah. Meins. Rumble. So. Sind die jetzt noch bald mal tot? I hope so. Na, meine Güte. So, hier ist das Tor und wir müssen hier hoch. Tor, Tor. Moni. Und Exen. Und noch mehr Gegner. Und ich bin tot. Überlebe. Ach. Du hast mich wieder überlebt. Sag doch, du spät. Ja. Hab ich doch. Mensch, Tor. Du hast nicht zugehört. Ja, genau. Das Gift. Und ich bin tot. Ja, das kommt davon, wenn man dem Gift stehen bleibt. Ey. Ja. Sei brav. Ich bin im Aura. Oh, yeah. Flammenwerfer. Fast. Keine Ahnung. Ja, Flammen hatten wir ja schon. Oh, hier müssen wir was tun. Yes. And now the gate opens. Mr. Gorbatschow, open that gate. Das Boarding beginnt. So. Insider joke. Sorry. So. So, da war Tor 1. Gehen wir. Oder nehmen sie Tor 2. Oder nehmen sie Tor 3. Ja. Oder das, was in diesem Umschlag ist. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Vorbei. Hoffen wir wirklich richtig schön. Seht ihr, wenn das Licht angeht. So, warten wir. Ja. Oder auch nicht. Ja, hol dir mal das Blitzer-Zeugs. Funkel. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Oh Gott. No. Warte, warte um. Oh, ein Heiligen-Schwein. Yes. Oh my gosh. So. Du solltest auch drauf stehen bleiben, damit du voll gehalten. Nö, ich kann auch ein bisschen drum rumlaufen. Aber dieser Bewegungsdrang ist ja furchtbar. So bin ich. Ja. Weg da, John. Ach, weiter geht's. Dün, 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 dün. Pitsch, pitsch, pitsch. Boom. Noch mehr. Gegner. Der überlebt einen Granatreffer. Was geht ab? Ich hab das noch gar nicht ausgerüstet. Naja, egal. Brauchen wir ja dann nachher, ne? Bei irgend so einem, so einem, so einem Rätsel. Ja. Ich würd grad sagen, ein Rätsel-Quest. Eine, eine Rätsel-Quest. Yes. Oh, oh. Ich mach ja, ich mach ja alles kaputt. Du weißt schon, dass du dann wieder aufräumen musst, ne? Ja. Du solltest da rauskommen, weil sonst bist du gleich so tot und so. So tot? Ja, und so. Vor allem. Ja, ich sollte auch mal wieder auf meinen... Wow. Aua, 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 aua. Ich bin so und so gleich relativ tot. Relativ? Relativ, ja. Daneben? Muhaha. So, wo ist der Dicke denn? Keine Ahnung. Ich wär einfach mal blüht. Mach das. Ich bin tot. Und ich fall grad in das... In das... Das grüne Pompe. Genau. Erinnert mich ans Hochwasser. Bäh. So. Da war die aber braun. Mh, yummy. Genau. So, hier oben war noch ne Gruft und da oben war noch ein Schädel. Schädel. Den ich mir soeben gesichert habe. So. Wir können auch einfach reingehen. Juhu. Yay. Der Regentanz. Ja, genau. So. I know. Einmal schön Muni aufladen hier. Also, einsammeln und so. Ach ja, das war doof. Moment. Ich rüste mal eben was aus. Was denn? Lass mich raten. Granatwerfer. Oh. Woher wusstest du das? Ich weiß. Manchmal habe ich so Eingebungen. Du kennst mich zu gut. Ja. Woher nur? Keine Ahnung. Ach, ich sollte auch mal weitermachen hier. Jetzt nur noch die Kugel treffen. Wah. So knapp. Warte, 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 warte. Ach, du gehst rüber? Alles klar? So, wir brauchen nicht beide. So. Ja. Wah. Yay. Yes. So. Haben wir da gekriegt? Reliquier. Der Pfeil von Tetsk hat die Pokermobs. Genau. Bisschen Schleichwerbung und sowas. Was, 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 was kann der denn? Let me... Ach, den haben wir. Moment. Nein, wir haben einen. Drei Pfeile von Tetsk. Ja, und den sollten wir vielleicht ausrüsten. Weil er macht Bombe und Streuschuss. Genau. Boah, wir sind voll gut ausgerüstet. Auf jeden Fall. So. So. Dann gehen wir mal Richtung, Richtung Tor 2 Groovt. Genau. Bam, bam, bam. Boah. Wiesch. Die sind schon ein bisschen... Die sind mir so fett auf den Sack. Ach, wir können mal runter. Penetrant und so. Ja. Dafür penetriert mich... Penetriert euch mein Spera. Perifär. Genau. Nein, er penetriert euch Zyggul. Na. Irgendwie... Echt? Ich bin, ich bin kein, ich bin kein guter Rapper. Ist auch nicht schlimm. Musst du auch nicht. Das, 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 das sollten andere Rapper auch einsehen. Das ist auch kein guter Rapper. Meinst du jemanden besonders? Hm, nee. Gut. Wir wollen ja keine Abonnenten verlieren, ne? Richtig. Nein. Ach genau, das Gift-Labyrinth mit keinem Gift und so, ne? Das mochte ich nicht. Ja. Weil da waren noch Enemies und so. Oh, das war kein Gift-Schaden, das war noch kein Gift-Schaden. Fuck, ey, fuck, fuck. Okay, jetzt hab ich Gift-Schaden und ich bin tot. Überlebe. Ich versuch. Survive. Ich komm zu dir, warte. So, bitteschön. Hier. Ja, ich spaw mal dir, so. Und rum, 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 lauf, 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 lauf. Lass uns durchlaufen. Oh, shit. Ich roll mich einfach hier durch, das hat ich hier noch durch. Und ich hab ein, huah. Du hast ein, huah. So, jetzt hab ich Gift-Schaden abgekriegt, egal. Hallo. Irgendwie sind mehrere Wege, die hier nach Rom führen. Ja, viele Wege führen nach Rom. Oh, einer. Ich bin tot. Überlebe. Ja, ich versuch's. Oh, das ist scheiße schwer. Das geht grad nicht. Warte, ich komm zu dir. Drei Sekunden. Yes. Boah. Ich bin tot. Oh, bitte. Überlebe, bitte, überlebe. Shit. Nein. Da war jetzt zu viel los. Leider, ja. Die Party war zu groß. Ah. Ah. Gut. Jetzt bitte nicht am Anfang von der Abogrens, oder? Nein. Awesome. Yay. Boah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. So. Ja, du... Nee, wir mussten doch hier über Kreuz schießen. Achso, mit dem... Radwerfer. Fast. Jetzt. Ey. Aller guten Dinge sind fünf. Genau. Egal. Hauptsache, wir haben's geschafft. Ganz genau. So sieht's aus. Yay. Und jetzt raus. Genau. Finden und öffnen sie das letzte Tor. Das schaffen wir doch. Das ist nur logisch. Richtig. So. Und nochmal aufmunitionieren, nicht vergessen. Hallo? Aufmunitionieren? Ja, geht doch. Ich leuchte, blau. Oh, hier ist was undicht. Oh. Achso. Enemies. So, andere. Äh. So. Boah. Hier oben ist was zum Einsammeln. Das möchte ich bitte haben. Yay. Boah. Ich sterbe so lange im Gift. Boah. Boah. Ich hab'n Zauberer hinter mir. Das ist not gut. Aus, 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 aus dem Kontext gerissen, wirkt dieser Satz bestimmt auch sehr. Was? Irre. Ich hab'n Zauberer hinter mir. Ich hab'n Zauberer hinter mir. Mhm. Nein, ich nehme kein LSD. Pff. So. Solange du dich noch von Rosa Elefanten erzählst, ist alles in Ordnung. Bei Rosa Elefanten bedürte Diamanten. Nein, das war überhaupt nicht. Äh, da, 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 da. So. Weiter geht's. Aber, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder 27 Minuten auf der Uhr. Dort heißt, wir müssen einen kleinen Cut machen. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, tschüss.